Einfach Wahnsinn. Einfach Wahnsinn. Wie schnell das einfach ging, also nur weiter zu empfehlen. Wer einen guten Makler sucht, auf jeden Fall bei Gottschling Immobilien melden. Bessere Immobilienfirma gibt es nicht. Wie ich auf euch gekommen bin, ich hatte euch bei Facebook über Zufall gesehen, über eine Immobilienseite, dass ihr eine Wohnung für eine Familie sucht. Daraufhin hatte ich euch angeschrieben, da wir ganz dringend unsere Eigentumswohnung verkaufen mussten, um das Schätzchen hier bei VW auslösen zu können und retten zu können. Und da war Corona-bedingt ein paar Probleme hatten. Und ja, so kam ja das Ganze ins Laufen. Da wurden Kontaktdaten ausgetauscht. Und ja, was soll ich sagen, Ratzfahrts war eine Online-Besichtigung der Wohnung möglich. Ratzfahrts war ein Kunde da und das Ganze, ja, innerhalb von zwei Tagen war es ja über der Bühne. Also der Kontakt, der verlief erstmal über einen Facebook-Messenger. Ich hatte die Kontaktdaten von meinem Lebensgefährten hinterlassen, weil er ja der Eigentümer der Wohnung war. Also der rechtliche Eigentümer der Wohnung war. Und der Erstkontakt-Trag dann mit meinem Lebensgefährten in Kontakt. Lief dann auch sehr schnell erstmal über Bilder der Wohnung und Videos der Wohnung, weiterer Telefonkontakt. Die Sachlage mit dem GTI wurde geschildert, dass es halt wirklich schnell gehen musste. Und dass es wirklich dringend war, dass uns eigentlich die Zeit schon mehr oder weniger seit Längerem abgelaufen ist. Und ja, der Kunde war auch sehr kooperativ. Der hat uns dann geholfen, das Auto sehr, sehr schnell vom VW wiederzukriegen. Hat sich selber in Kontakt mit VW gesetzt. Und einfach Wahnsinn. Einfach Wahnsinn. Wie schnell das einfach ging. Also nur weiter zu empfehlen. Definitiv nur weiter zu empfehlen. Also schnell gutes Geld für die Wohnung gekriegt. Nicht unterm Wert verkauft. Alles mega. Total mega. Also ja. Wer einen guten Makler sucht, auf jeden Fall bei Gottschling Immobilien melden. Bessere Immobilienfirma gibt es nicht. Muss ich ehrlich so sagen. Also top. Top.